Hallo, ich grüße euch, wo immer ihr mich jetzt seht und ich möchte euch von diesem Workshop in Eumittelberg berichten. Ich bin zum fünften Mal bei einem Workshop von Roy Martina und seiner Frau Joy. Schon alleine Roy oder auch zusammen mit seiner Frau Joy es zu erleben, ist ein einmaliges Erlebnis und ich möchte es nicht messen. Kristallin Sursealing ist für mich etwas, wo ich erkannt habe, dass ich mich traue, damit zu arbeiten. Es ist möglich, in einer sehr schnellen Zeit Blockaden zu lösen und die Heilung in Bewegung zu bringen. Und ich kann nur jedem raten, kommt einmal zu einem Workshop.